Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Politik-Kanal. Ich bin der Adrian, ich bin ein 10-jähriger Asperger-Autist und ich möchte in diesem Video sagen, warum es gefährlich und schlecht ist, die AfD zu wählen und warum sie so stark in den Umfragen bundesweit, aber auch in vielen einzelnen Bundesländern ist. Bundesweit sind die Umfragen nämlich so, die CDU. CSU ist mit 27 bis 31 Prozent die stärkste Kraft. Auf dem dritten Platz ist die SPD mit 18 bis 20 Prozent. Die AfD hat 17 bis 21 Prozent. Darum geht es ja. Und die Grünen, die ja sehr weit abgerutscht sind, haben 14 bis 16 Prozent. Es ist erschreckend, dass die AfD jetzt schon die zweitstärkste Kraft ist. Die AfD hat übrigens in Bayern bei den Landtagswahlumfragen die mitregierenden Freien Wähler überholt. Und die AfD ist deswegen schlecht, weil sie antisemitisch in Teilen ist. Und vor allem die Frustwähler, also die vielen, die die ja wählen, die ja eigentlich, weil feindlich sich in eine bessere Politik erhoffen, begreifen nicht, dass die AfD im Wohnraum von ihnen und bei der Inflation überhaupt nichts tun würde. Mal ganz ehrlich. Ich meine, die würden doch eigentlich nichts tun. Das würden dann, wenn dann die linken Parteien machen. Und Wahlkrecht macht übrigens eine eigene Partei, um für die Frustwähler, um euch zu beruhigen. Die könnt ihr ja dann wählen. Wählt aber bitte nicht die AfD. Ihr könntet, wenn ihr zum Beispiel, ihr könntet ja zum Beispiel, kurz noch zu gesagt, die AfD ist in Teilen rechtsextrem. Das ist zwar auch scheiße, aber nicht so schlimm, wie es jetzt auf Wikipedia steht, dass sie komplett rechtsextrem sei. Was anderes ist es bei der MPD, die ja die schlimmste Partei Deutschlands ist. Mit der KPD. Und man muss auch sagen, wenn ihr euch viel, viel mehr wünscht, für euch wählt doch einfach links. Und wenn ihr konservativ seid, dann könntet ihr, wenn, könntet, müsst ihr auch nicht die Extrem wählen, wenn ihr eine AfD-Alternative sucht. Ihr könntet doch einfach CDU und CSU wählen. Und wenn ihr in Baden-Württemberg geht, sind auch noch die Grünen für euch rechts. Oder wählt einfach die Freien Wähler. Es gibt auch Teile von der SPD, die ein bisschen rechts sind, wie Karl Outerbach, aber der ist nicht wirklich gut. Und ihr Frustwähler seid bestimmt gefrustet wegen dem Heizungsgesetz von den Grünen. Ich sag mal eins, ich fand das erste am Anfang auch ein bisschen bekloppt, weil das ist schon sehr radikal. Was die Ampel darauf sich geeinigt hat, ist ganz okay. Es läuft ja jetzt eine Abstimmung darüber. Es wurde ja irgendwie vermuten. Aber ihr könntet ja, die, hofft einfach auf die Wagenknecht-Partei. Wenn ihr in Bayern oder Hessen wählt, wo ja noch Landtagswahlen sind, dann wählt einfach jetzt nicht AfD. Und wenn ihr in Ostdeutschland bei euch, ihr seid ja anscheinend so rechts, dann hätte ich eine Erklärung für euch. Ihr habt sehr, sehr lange Zeit in zwei Diktaturen gelebt. Und die eine war eine sehr linke, wäre eine linke Diktatur. Und natürlich seid ihr jetzt nicht so der Fan natürlich deswegen von linker Politik. Aber sie würde euch doch helfen im Grunde. Weil ich meine, ihr habt doch eh so knappen Wohnraum. Und dass ihr auch sauer auf die Amerikaner und Briten seid, das wegen Dresden, das habe ich nämlich von meinem Opa erfahren, ist auch okay. Aber seid doch bitte nicht so rechtsextrem. Ich meine, es war doch auch eine, es war doch noch eine viel schlimmere Diktatur. Und die AfD würde Behinderten und Autisten verweigern, dass sie auf normale Regelschulen gehen und auf Gymnasium. Sie würde Asylbewerbern einfach wegschicken. Ich kann es verstehen, wenn man manche abschiebt. Total klar. Aber warum wollen sie die einfach aus dem Land raus haben? Sie wollen, dass öffentlich-rechtliche Fernsehsender nur noch über Kultur und keine Ahnung was noch berichten. Das wäre fürchterlich. Weil dann würde es nur noch fürchterliche, schlechte Arte-Dokus geben. Arte ist halt eigentlich ein guter Sender. Aber wenn man nur noch über solche Themen redet. Also wir brauchen, und das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist doch total unabhängig von Sponsoren. Klar, beim Wagenaufstand war es eine Katastrophe, dass ARD da über eine Zoodoku geredet hat, die man jeder teilsetzen könnte. Bei ZDF, da konnte ich ja noch verstehen, dass es wenigstens Sport war. Den musst du ja live senden. Aber eine Zoodoku. Hilfe, ARD. Es tut mir wirklich leid, aber tut es nicht. Ihr in Ostdeutschland, wenn ihr doch so recht seid, wählt doch, vielleicht könntet ihr euch doch mal einfach überlegen, eine andere Partei zu wählen. Das ist jetzt kein Angriff auf euch, aber hofft einfach auf die Wagenknecht-Partei. Und wenn ihr doch recht extrem seid, dann könnt ihr ja